Ja, jetzt gibt es mal wieder einen Donnerstagshammer aus der Abteilung, da haut mir Salamischeib von der Pizza. Vielen Dank und liebe Grüße an meine Fans bei der Hertha Group in Königsbachstein und an der Hans-Jürgen, der ist von dir. Der Bauer schickt seinen italienischen Knecht zum Tierarzt und dort eingekommen sagt, der italienische Knecht zum Tierarzt, Sie, Dottore, wir brauchen diese Mittel, die Medikamente für das Tier, wo die machte Erregung. Du weißt, die potenziellen Mittel. Dann sagt der Tierarzt, ja, haben Sie noch einen Namen oder wie hieß denn das Medikament? Dann sagt der Knecht, sagt er, Dottore, ich weiße das nicht, aber es schmeckt nach Zitrone. Oh je, das ist auch für meine ganzen italienischen Freunde. Ich liebe euch, amore, tutti, italiano, amore.